Das Gruselset 2024 und wir machen ein Play Display auf. Ich habe ja schon ein Collector Display aufgemacht oder auch machen dürfen. Jetzt machen wir ein Play Display auf und gucken uns mal an, wie das Ganze mit Play Display so ist. Denn wir haben gerade bei Bloomberg sehr, sehr, sehr viel über Play Displays hergezogen, weil Play Displays einfach sehr schlecht geworden sind. Hier gucken wir uns jetzt mal die Play Booster genauer an und schauen mal, was da so drin ist und was wir daraus so mitnehmen können. Ja, zuallererst, bevor wir anfangen, dieses Display wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben LipLab, a.k.a. Fabi, a.k.a. MTG LipLab, je nachdem, wo ihr sucht. Und ja, ich hoffe, ihr habt bei ihm auch schon ein Abo auf Instagram dagelassen. Ihr habt bei ihm schon auf Card Market, zum Beispiel auf seinem Account schon geschaut. Denn fast alles, was ich hier öffne, sobald ich sage, dass es von Fabi ist, landet bei ihm auf seinem Card Market Account und dort könnt ihr das Ganze dann käuflich erwerben. Ja, nur falls ihr irgendwelche Karten seht, die für euch von Interesse sind. So, wir öffnen das Ganze jetzt und gucken uns das an. Wie immer bei diesen gesamten Displays werde ich nicht auf jede Karte einzeln eingehen können, werde so ein bisschen darüber gehen. Artworks, richtig gruselig, mega, mega cool. Und wenn ich irgendwas sehe, worauf ich eingehen möchte, werde ich kurz halten, auch bei Cummins und Uncumms. Aber ansonsten interessieren uns hauptsächlich die Rias. Rip Spawn. Sagt mir nix. Sagt mir nix, kenne ich nicht. Cooles Land, eine Feuil und gruseliges Augendenk. Ich muss einmal, weil meine Kamera auf Gesichter eingestellt ist, damit ihr diese Karten zum Beispiel, damit die fokussiert werden dahin, wo das Gesicht ist. Leider sind ja auch Gesichter drauf. Dementsprechend muss ich einmal das Display umdrehen. Sekunde. So, umgedreht. Wir machen weiter und gucken uns das Ganze mal an. Ich muss mal gerade einmal noch schauen. In Belgien hergestellt. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und hier müssen noch irgendwo die Prozente draufstehen. 23% für zwei Rias. Seht ihr das? Ähnlich kacke wie Bloomberg. Also, da haben sie leider diese Doppel-Rare-Wahrscheinlichkeit immer noch so gering gelassen, wie sie das die ganze Zeit wollten und gemacht haben. Das ist sehr, sehr schade. Oh, das ist die Preview-Karte von Malone. MTG Malone. Cooler, cooler Dude. Der hat einen sehr coolen Song dazu gemacht. Mega, mega cool. Können wir mal reinschauen. Tatsächlich. Mensch, Prisiting. Und wir haben einen Nashi. Searcher of the Dark. Das ist ein Ninja, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Nashi drin ist. Sehr cool. 2-2-2 mit Menace. Und man mildt und kriegt Marken. Ganz cool. Dann haben wir wieder so ein Tapped Land und ein Survivor und nochmal so eine Spinne. Diese Spinne ist so gruselig mit den Augen. Oh mein Gott. Als ob Spinnen nicht schon gruselig genug wären. Das ist ja... Stehe ich nicht. Stehe ich einfach nicht. So. Bam. Watchdog. Das hatten wir gerade eben genau so, diese Reihenfolge. Hmm. Weird. Das ist eine echte Menge Doppelte schon drin. Eine coole Krabbe, by the way. Crab Skeleton. Saw. Und the Mind Skinner. Sehr, sehr cool. Eine Nightmare-Krabbe, die mild und unblockbar ist. Mega cooler Commander, tatsächlich. Muss man einfach sagen, wie es ist. Mega, mega cooler Commander. Ja, und auch jetzt beschleche ich mich schon das Gefühl. Es fühlt sich jetzt schon so an, wie Draftbooster. Nur mit einer Karte weniger. Mit einem ganz weirden Mischmarsch. Das ist ein cooler Playmate, by the way. Mit einem ganz weirden Mischmarsch an Karten, an Farben. Also zum Öffnen muss ich mittlerweile sagen, let's play a game. Lass uns ein Spiel spielen. Finde ich es nicht mehr cool. Gravenous Wounds. Davon gibt es zwei Arten. Das ist ganz cool. Verstehe ich nicht, warum man da nicht sagt, das ist ein Curse. Verstehe ich nicht. Wäre halt cool gewesen. Ne. Es fühlt sich echt so an, als wären das wieder Draftbooster. Und Draftbooster-Displays fühlen sich nach Arbeit an. Ich habe neulich ein paar aufgenommen und ich kann euch sagen, es fühlt sich nach Arbeit an. Draftbooster sind niemals dafür gedacht gewesen, dass man sie öffnet und dann irgendwie haufenweise Displays öffnet. Klimasika, gute Karte. Uh. Needlehead. Die meistverkaufte Karte aus dem Set aktuell. Sehr cool. Sehr, sehr cooles Artwork mit der Klänge. Sehr, sehr cool. Und hier ist nochmal eine Rare. Also wir haben eine Doppel-Rare. Wir haben eine Doppel-Rare. Das ist schon mal viel wert. Und dementsprechend, ja, Forest und Murder. Ein Glimmer und Manifest. Glimmer sehr wichtig für den Glimmer-Sieker. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen Hit. Einen guten Hit. Und trotzdem fühlt es sich nicht so richtig crazy an. Denn es ist nun mal so, dass diese Hits, diese crazy Sachen, die man hier rausziehen kann, wirklich absolut irgendwie unverständlich und uninteressant ist, wenn man dann Collector-Displays aufmacht. Deswegen Kuna. Sehr, sehr cooles Artwork, by the way. Ich dachte am Anfang, wir wären Hund. Aber es ist irgendeine komische Bestie. Keine Ahnung, was es ist. Foil-Männer und nochmal eine Foil-Room. Da. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt Collector-Displays aufmache, das habe ich ja schon aufgemacht. Es fühlt sich einfach so viel besser an. Es fühlt sich einfach nach Hit after Hit after Hit an. Und dann mache ich halt sowas auf und denke mir so, ja okay, es sind halt Cums und Uncums. Die sind sowieso meistens nicht so relevant. Dann sind hier manchmal Full-Arts drin. Und in dem anderen kriege ich halt in jedem Ding zwei bis drei Full-Arts. Und das muss ich sagen, das ist einfach, einfach fühlt sich das weird an. Layline of Resonance ist tatsächlich eine Karte, über die sich ganz viele Standardspieler aufregen. Denn aktuell laufen Decks rum in Mono-Rot, die Turn 2 oder Turn 3 mit Layline of Resonance tatsächlich killen. Sehr, sehr cool. Aber Leute, hassen es. Surprise. Fear of Burning Ding, das war 4 Damage. Ja, an gegen Gegner. Trotzdem. Playbooster. Also ich bin mir nicht mehr mehr sicher, ob ich Playbooster ehrlich gesagt auf dem Channel noch aufmachen will. Das klingt jetzt dumm, aber so ein Display-Playbooster. Ich habe ja früher einzelne Booster aufgemacht. Das fand ich cool. Dann wäre das okay, wenn ich jetzt jede Karte durchgehen würde, mit euch drüber reden würde, wie cool das doch ist und so weiter. Dann, oh, Layline of Motation. Könnte ich hierzu was sagen. Könnte dann sagen, ja, man kann voll cool 5 Mana bezahlen. Und 5 Mana kriegt man die anders zusammen und so weiter und so fort. Da kann man ganze Decks drum bauen. Aber jetzt sowas Crazies. Oh, Cursed Recording. Time Counter. Und wenn man 7 oder mehr Zeit Counter hat, kann man 20 Schaden auf dich machen. What? Okay, man kann die kopieren. What? Okay, das ist eine coole Karte, aber auch sehr weird. Aber ja, das ist halt nur der Punkt. Gut, dann könnte ich über jede einzelne Karte was sagen. Das wäre interessant. Und bei so einem Display muss ich halt sagen, ich will halt einen gewissen Paste haben. Ich will das Video nicht zwei Stunden lang machen. Das juckt euch nicht. Trapped in the Screen, so cool. Das juckt euch nicht. Das juckt mich nicht. Aber irgendwie muss ich sagen, finde ich da halt nichts, wo ich sage, hey, das ist crazy. Also sie Marina, Wendler, coole Karte tatsächlich, mit den Türen locken und anlocken. Man muss dabei aber sagen, außerhalb dieses Sets ist sie halt nutzlos. Wie so vieles. Und ja, wie gesagt, ich bin mir aktuell noch nicht sicher, wie ich das mit Set-Displays weitermache. Weil Set-Displays fühlen sich einfach weird an. Es fühlt sich weird an, das zu machen. Es fühlt sich weird an, das zu öffnen. Es fühlt sich weird an, das euch zu präsentieren. Weil ich immer das Gefühl habe, ihr könntet halt in der Zeit auf was Cooles gucken. Also nicht abschalten jetzt. Nicht abschalten. Nur weil ich das jetzt gesagt habe. Hier habt ihr den Simmon. Die finde ich voll cool. Die müsst ihr jetzt auf jeden Fall noch gucken. Nicht weggehen. Nicht weggehen. Danke. Aber ja, ihr könnt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Tatsächlich. Denn ihr seid ja diejenigen, die es gucken müssen. Ich muss sagen, beim Öffnen, es langweilt jetzt nicht crazy. Aber es ist halt kein Set-Display, wo man halt auch mal irgendwas crazy Cooles zieht oder so. Oder Karten, die jetzt irgendwie interessant sind. Hier sind halt so viele Cums und Ancums wieder drin. Mit Max, wie gesagt, jedes fünfte Booster oder jedes vierte Booster müsste eine Doppel-Rare drin haben. Das ist ein Overlord auf Flood Pits. Wenn ihr einen Spielkump da angreift, zieht ihr mit zwei Karten werfen. Die ist gar nicht mal so kacke. Drei Mana im Pendant 4 oder halt fünf Mana, fünf, drei fliegen direkt. Fliegend! Das ist eine gute Overlord gerade. Oh, endlich mal eine Insel. Und ein Raum in voll. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das seht, wie ihr das fühlt. Und was ihr sagt. Ich habe unter den letzten Videos teilweise, also gerade von Bloomberg, sehr viel Positives zu den Playboostern nochmal gelesen. Dass die Leute es mögen, sich hinzusetzen und das sich anzuschauen, während sie irgendwie was Wichtiges oder was Gutes machen. Hovership. Das Undefined Hovership. Screw 1. Kreaturen 5 oder mehr. Das war ja viel. Okay, Manifestrad. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ja, dann diese coolen Länder und die Processed Goat. Die gute Ziege. Ja. Wir sind, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte. Mehr oder weniger. Und, äh, ja. Das ist Jace. Ist Jace auch dabei? Müssen wir Jace schon wieder ertragen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Story einfach nicht mehr im Gehirn. Oh, der Fungus. Der ist ganz cool. Gehst du oben. Tobi. Bestie B-B-B-Frender. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Fall Mountain, Watchdog und Müll. Auf der anderen Seite, muss ich halt auch sagen, finde ich Duskmon immer noch sehr befremdlich. Ich finde das halt cool. Die Karten darin sind erstaunlich stark und allen drum dran. Aber ich finde es immer noch so befremdlich, dass wir solche Artworks jetzt in einem Set haben, wo halt hier, das ist ein gutes Beispiel. Impossible Inferno ist halt ein Gremlin, der davon wegläuft und der halt angezündet wird. Mit irgendwelchen Spinnen und irgendwelchen Todessehnsüchten und hier so Grusel-Twins und so weiter. Nachdem wir Bloomboro hatten. Das finde ich einfach immer noch sehr befremdlich. Overlord of the Huntwoods. Das ist tatsächlich der Beste meiner Meinung nach, weil er halt farbloses Mana mit Everywhere macht, was einfach geil ist. Was einfach geil ist. Dann haben wir noch einen Mana. Necklatte Mana. Und, uh, voll rare. Voll rare room. Voll rare room. R-R-R-R-R-R. Ist der Mythic? Der ist eine Mythic. Spannend. Für Commander. Ihr wisst, Commander ist nicht meins. Ähm, ja. So. Uff. Uff, uff, uff. Und weiter geht's. Wie gesagt, es fühlt sich befremdlich an, dass dieses Set in diesen hier mit so Grusel-Clowns nach Bloomboro kommt. Oh, sehr cool. Sehr cool. Das Verge. Sehr gute Karte. Und nochmal ein Razor-Kin-Needle-Hat. Nice. Ist nicht die teuerste Karte. Kostet mir 4, 5, 6, 7 Euro. Aber, ist, ist, ist eine beliebte Karte, die gekauft wird. Fear of the Dark. Mega. Kriege ich immer so einen kleinen, so einen kleinen Flash von, von guter Musik. Ähm, ja. Wie gesagt, finde ich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat eine Menge, Menge, Menge coole, starke Karten drin. Aber, die Karten, die ich haben will, also auch ganz viele in diesem Turn-1-Kill-Deck gespielt. Die Karten, die ich haben will, ist eine Ankara. Und, die findet man ganz, 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 ganz selten. Tales of Tamio. Auch eine coole Karte. Sieht super schön aus. Etched. Und, uh, uh, Victor. Die komische Human Warlock. Ich finde, das sieht aus wie eine Fledermaus. Ich finde, das sieht aus wie eine Fledermaus. Das sieht doch nicht aus wie ein Human Warlock, oder? Das sieht aus wie eine Fledermaus. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist eine Fledermaus. So, Ende. Ende im Gelände. Und der Fledermaus. Ja. Mal schauen. Also, es ist halt so, wir haben jetzt, glaube ich, drei Mythics. Und das sind alles Hans-Dinger gewesen. Das war ganz gut. Aber es ist vom Prinzip her, wenn man nicht irgendwie was aus hieraus bauen will. Baseball Bad wird sehr, wie gespielt. Layline of the Hope. Die weiße Layline. Die ist auch nicht so schlecht, tatsächlich. Gerade für Live-Kendex. Und noch eine Rare-Fall. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Rare-Fall. Das ist strong. Das ist selten. Und der Sprinter ist sogar ein cooler Zombie. Sogar ein richtig cooler Zombie. Aber das ist selten. Normalerweise hat man nur eine Rare-Fall. Maximal zwei. Wir haben jetzt drei. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, in einem Collector-Display habt ihr halt 15 oder so. Das ist halt ein bisschen weird. Ist das dasselbe Raum? Nee, ist es nicht. Die sehen auch einfach viel zugleich aus. Stay in, stay silent. Da haben wir nochmal Victor. Die Fledermaus, die keine Fledermaus ist. Uh, Foilplanes. Länder sind so schön. Ich finde die Länder wirklich schön gemacht. Dann haben wir ein Unlimited Malefaction. Gute Karte. Ein Gremlin. Weiter geht's. Ja, beiseite geschoben. Wie gesagt, wir sind im letzten Drittel. Wenn ich es richtig sehe. Und bisher muss ich sagen, es haut mich halt nicht von den Socken. Aber es ist ganz schön zu sehen, was man so halt hat. Wie gesagt, die Kamms und Ankams. Ich finde eine Kammen cool. Also nicht nur das Turn Inside Out, sondern halt auch eine andere Kammen ganz cool. Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Fear of Abduction. Peer Past the Veil. Das ist gar nicht mal so schlecht. Sumpf. Grasp. Und ja, wie gesagt, die Artkarten finde ich mittlerweile auch, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das könnten Tokens sein. Macht mehr Tokens. Wenn ihr hier schon Draftbooster draus macht, dann macht doch bitte einfach die Tokens wieder. Bringt uns die Tokens wieder. Ich will keine Werbungskarten. Ich will nur Tokens. Was ist so schwer daran, nützliche Karten in einem Booster zu tun? Breakdown the Door. Uh, das ist eine meiner Lieblingskarten im Set. Huntsworth Shrieker. Das ist eine sehr gute Karte. 303. Und wenn ihr angreift, Manifest dretten wir. Und wir können eine Karte face-up drehen. Sehr, sehr gute Karte. Tatsächlich. Und wird auch relativ viel gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ja. Wenn. Ich bin, äh, ja, auf dem einen Auge halt blind, wie ihr alle wisst. Nicht. Und, ähm, ja. Zap geht's weiter. Say its name. Pyroclasm. Die ist jetzt Pioneer legal. Die wird auch tatsächlich sehr beliebt sein. Dann haben wir hier noch ein Ding. Und, hopp! Blau-Schwarz. Das Land. Das Land ist sehr cool. Uh, noch eine Insel entvoll. Hm, sweet. Andropäde und ergib ihm. So. Uiuiuiuiuiui. Die Länder sind gut. Das Land, der Land-Circle ist gut. Auch hier Term of Expense. Hm. Was? Was? Locked. Locked. Flying Finality. Das ist das erste Mal, dass ich so einen sehe. Müssten die nicht öfter dabei sein? Bei so vielen, so vielen Truhen, die es gibt. Das ist übrigens die Kam, die ich meine, die ich cool finde. Ähm. So. Dann haben wir leider nicht die Ankamen, die ich cool finde. Und wir haben einen Balustradenwurm. Kann nicht gecountert werden? Trampeleile mit Delirium. Kann man den aus dem Friedhof ins Spielfeld zurückbringen? Mit Finality-Counter. Ähm. So wie sich das gehört, mit dem kann man aus dem Friedhof wiederholen mit Finality-Counter. Das! Das! So hätte man Uro machen müssen. Dreckskarte. Ich glaube, wir haben noch so ein bisschen was vor uns. Gucken wir mal weiter. Ach. Clockwork, bisschen Kaschnitz. Ich hoffe davon, einfach irgendwo mal ein komplettes Playset zu haben. Aber in Deutsch, weil mein Pauper-Deck ist Deutsch tatsächlich. Noch eine Layline of Hope. Uh. Noch ein Onsloff. Walgoffs Onsloff. Warum ist die keine grün? Walgoff ist doch rot-schwarz. Oder? Oder vertue ich mich? Warum ist die keine grün? Ich verstehe es nicht. Aber auch die... Nicht so crazy, die Karte. Meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr eine andere. Aber meiner Meinung nach nicht so crazy. Manifest Dread. Finde ich so spannend, dass es einfach eine Karte gibt, die das heilt. Was tut sie? Richtig. Manifest Dread. Es ist... Weird. Wenn eine Karte so heißt. Uh. Ethereal Amor. Die ist auch ziemlich gut. Die ist auch richtig gut. Commune with Evil. Uh. Da haben wir... Walgoffs Layer. Was keine Layer ist. Es regt mich so auf, dass es keine Layer ist. Aber es ist ein Enchantment Land. Und damit sehr cool für Enchantress und andere Enchantment-Spieler und Spielerinnen. Ähm. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was der Planeswalker ist, der hier drin ist. Es ist nicht so, dass in jedem Set irgendwie jetzt ein Planeswalker, das so drin ist? Ich weiß leider nicht, wer das ist. Doch. Ich weiß es doch. Oh mein Gott. Kaito. Ich will einen Kaito ziehen. Ich will einen Kaito ziehen. Bitte. Bitte. Oh, wir haben einen Doppelrear. Nice. Daze Link, Fiatra und Prop Room. Das ist... And have each creature you control doing each... Das ist stark. Das ist stark. Und Split Up. Ein sehr, sehr guter Zauber, der als Removal ist. Das stören alle getappten oder alle ungetappten Kreaturen. Sehr, sehr gut. Denn man kann auch einfach mit allen seinen Kreaturen angreifen. Gegner blockt, ein paar kaputt. Und dann spielt man Split Up und sagt, alle ungetappten, das heißt, die restlichen vom Gegner sind auch kaputt, mit denen er nicht geblockt hat. Das ist der Deal. Das ist der Weg. So, hier sind jetzt diese ganzen Locked-Sachen drin. Jetzt im letzten Drittel. Chilida, Tenor of Expense. Ich suche noch die Ankammen. Naja, nicht diese Survivors und die anderen. Jolly the Balloon Man. Jolly the Balloon Man habe ich gespielt bei Alter Demon Highlander im Underworld Championship. Da habe ich einen sehr, sehr coolen Vlog zugemacht. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den gerne mal angucken. Ich habe Kombo-Potenzial von dem Dude. Richtig crazy. So ein Kombo-Potenzial. Kombo, Kombo, Kombo. Mega geiler Commander. Hammer. Würde ich an eurer Stelle wirklich tatsächlich als Commander mal bauen. Kann man nicht dauerhaft spielen. Die Leute hassen es. Aber, so um Spaß zu haben, ist es nicht verkehrt. Kann ich sagen. Ist nicht verkehrt. Ja genau, also im oberen Drittel sind anscheinend diese ganzen Karten drin. Im oberen Drittel, weil ich das Ding, den Stack ja umgedreht habe. Possessed Goat. Sehr cool. Get out. Torment. Torment ist auch eine sehr gute Karte. Zerstörte Kreatur, dein Charmin verliert zwei Leben. Attack in a Box. Ist nicht Jack in a Box, ist Attack in a Box. Unstable Slasher. Der ist auch richtig broken. Draman hat zwei, drei Death Touch. Wenn er einem Spieler zufliegt, verliert er die Hälfte sein Leben rounded ab. Und wenn er stirbt und keine Marken auf sich hat, bringt man ihn wieder mit zwei Stunt-Countern. Mega crazy Karte. Mega, mega crazy Karte. Ich finde nur, dass sie Live Link oder sowas hat. Die ist crazy. Die ist crazy gut. Und ich warte nur darauf, dass die in irgendeinem Format richtig gebroken wird. Weil den zu removen ist halt teilweise sehr, sehr schwierig, weil man muss den halt exilen. Ansonsten kommt der halt immer und immer und immer wieder. Kalt-Healer. Spannend. Uncome, Dudes. Und? Ne. Uh, auch eine gute Karte. Destroytard Creature. Der Gegner. Manifest Jettet. Not that just gone. It will come back. Sehr gute Karte tatsächlich zum Removen. Enduring Vitality. Oh mein Gott, dieser süße Hirsch. Ich habe immer noch das Gefühl, es sieht aus, als wären wir bei Harry Potter. Und das sind die Patronos der Leute. Aber Enduring Vitality ist eine sehr, sehr coole Karte. Sind Karten, die immer wieder kommen, wenn sie zerstört werden. Deshalb sehr, sehr cool. Hier ist ein Kaito. Ninja Skate Plus 1. Ich will einen Kaito ziehen. Ich brauche noch einen Kaito. Ich will Ninja spielen. Dafür bräuchte es ein oder zwei Kaitos. Komm schon. Das ist ein neues Ziel für die letzten fünf Booster oder so. Lockup Cushionist. Gute Karte. Uncamps. Da könnte auch noch was drin sein. Nö. Da ist ein Nico. Light of Hope. Der macht zwei Shard Tokens. Shard, dass es immer noch ein Ding ist bei ihm. Und man kann mit ihm dann Shards zu Kopien von Non-Legendary machen. Sehr cool. Swamp. Winters Intervention. Und hier so ein komisches fliegendes Insekt in grün-schwarz. So, komm schon. Ein Kaito und ich brauche von diesem Ankans weißen Loots die drei Mana Loots da habe ich bisher einen von gezogen. Davon brauche ich auch noch zwei. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Öffnet keine Booster um Karten zu bekommen die ihr braucht. Tut das einfach nicht. Wie ihr seht man kriegt sie nicht. Walls of Rage Walzer des der 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 Rache Nee des Wutes Okay Island Saw und noch ein Chart damit haben wir zwei Charts und einen einen Niko der zusammen zwei Charts braucht dementsprechend perfekt aufgeteilt wir haben aber auch ein Kaito Emblem das würde nämlich heißen wir würden oh weiß natürlich hat der die weiß natürlich hat der die wir hätten gerne auch einen Kaito das heißt das oh der Glimmer der ist so cool der ist so cool ich weiß noch nicht was die Unlock Dinger sind aber dieses Enchantment Spells kostet eins weniger ist nice Norin den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen kann ich blocken wenn eine Kreatur getappt wird kann man sie exilen you may play that card from exile spannend nochmal ein Tale of Tamio und nochmal dieser Mythic Raum okay den haben wir aber schon crazy den haben wir jetzt zweimal ich hoffe der ist was wert ich hoffe es für den lieben Fabi ich hoffe es für ihn wirklich so wir haben fast eine halbe Stunde reine Aufnahmezeit von meiner Seite aus das Ganze wird ja noch ein bisschen bearbeitet und geschnitten halbe Stunde finde ich schon ein bisschen ein bisschen crazy 25 Minuten ist so mein Ziel normalerweise Shardsmates Rescue spannend dann haben wir hier einen einen Raum einen Rare Raum okay okay mit den Räumen beschäftige ich mich gar nicht so crazy weil ich habe nirgendwo gesehen dass die irgendwie playable sind es sei denn man spielt sie im Commander und ihr wisst alle Commander ist nicht mein Favorite Format ich weiß jetzt kriege ich wieder ein paar Dislikes aber es ist nochmal so Commander ist nicht mein Favorite Format oh Arabelle sehr cool Scavenger Ghost Vakuum genau man kann Kartenhaus Friedrich nexilen und man kann jede Kreatur die mit ihm nexilt wurde unter Kontrollen das Spiel bringen mit einem Fliegencounter sind 1-1 und ja kann man nur wie das rausgeaktivieren habe ich auch schon im Legacy gesehen dass die jetzt aktuell gespielt wird weil man damit halt immer wieder was rausnehmen kann uh lustig drei Gremlins sehr cool sie kriegen Menace Lifelink und Haste das sind Gremlins immer noch kein Kaito komm schon Kaito 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 Ninjas Size Slumbers Handed Feeds finde ich auch so gut ähm Get Out Keys of House ach schade ich dachte wir hätten die Weiße angekommen Dissanction Tools Manifest Dreaded Man und die Kreatur kriegt bis 2-3 Lifelink und Defted uh Sumpfwind voll sehr cool Trapped in the Screen und nochmal ein Insekt zwei noch wir haben noch zwei Chancen für entweder die Weiße äh äh Uncome Creature oder für einen Kaito das wäre ganz diese Clowns diese das macht mich so fertig in dem Set boah das glaubt ihr nicht wie fertig mich das macht und nein nochmal der Nashi den haben wir schon oder die haben wir schon tatsächlich aber in einem anderen Artwork und nichts jetzt letztes Bus das wäre cool das wäre cool es würde mich mega mega freuen ähm wenn das da drin wäre das wäre mega don't make a sound das können wir schon mit dem Jace drauf und Attack in the Box Ethereal Armor gute Karte und ne wir haben nochmal so ein Hover Ship das ist ja ein geiler Treasure Token oh mein Gott der ist cool ja soviel zum Play Display wie gesagt ich finde es ist nicht so cool wie Set Displays es ist eigentlich genau das selben Draft Display mittlerweile ähm wie findet ihr das schreibt mir gerne in die Kommentare vielen Dank nochmal an Fabi dass ich das hier öffnen durfte und äh vielen Dank an meine Patrons und YouTube Memberships die mich monatlich unterstützen die mir wirklich 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 viel 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 unter die Arme greifen mit denen ich mich auch sehr gerne austausche sehr sehr nette Menschen allesamt und äh ja sehr sehr cool vielen Dank an dieser Stelle wenn ihr mich auch monetär unterstützen wollt und könnt dann schaut mal nach auf patreon.com slash mtgblackset oder unten in der Videobeschreibung oder generell bei YouTube Mitglied werden ist glaube ich auch irgendwo da unten und äh ja schaut mal nach ob ihr das könnt oder wollt wenn nicht nicht schlimm wenn ihr es weder könnt noch wollt oder nicht könnt und oder wollt dann äh ja wie gesagt nicht 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 schlimm ähm fühlt euch dazu nichts gezwungen Daumen nach oben dalassen liken abonnieren das ist alles kostenlos das solltet ihr wiederum tun und äh ja ich hoffe ihr habt Spaß wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin ei blackset ciao ciao bei a